Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Far Cry 3 Multiplayer. Wir sind jetzt auf dem Heimatdorf. Das ist jetzt zum zweiten Mal, dass ich den Multiplayer zocke, also ich bin noch nicht so gut. Und ich check das noch nicht so ganz genau. Ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube wir spielen ein Team-Deathmatch. Das steht hier Kampfzone, ich glaube das ist auch ein Modus. Ach genau, Eroberung, so ist das. Willkommen zur Kampfzone im Heimatdorf, dem Land unserer Familie. Jaja, wir nehmen mal hier so ein AK mit dem Bogen, der auch bei der Collectors Edition dabei war. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt mal. So, und jetzt schnell zum, was ist das denn, Markt. Go, 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 go. So, der Markt gehört uns. So gut wie. Jawohl, erster Kill. Land neu! Ja, das finde ich ein bisschen komisch, dass sie Neue sagen. Also statt nach. Ist ein bisschen affig. So ein ganz kleines bisschen. So, dann hier drüben noch. Nochmal. Dann hier den noch. Noch einen. Ja, das sieht doch gut aus. Ich bin halt ein Overpro, das weiß jeder von uns. Boah. Wir holen uns die Windmühle. Die klauen uns das Lager aus. Oh, fickt euch. Wir kontrollieren die Windmühle. Alle Stellung wurden eingenommen. Ja, ich warte erst mal. Kann ich mich heilen? Schade. Gut, ich glaube, die haben den. Die rücken zum Max. Noch nicht ganz. Gut, sauber. Ja, das mache ich auch mal. So. Dann mal nach drüben. Da ist doch jemand. Der hat uns nicht gesehen, okay. Mal kurz hier. Oh, fuck. Naja, naja. Trotzdem, das war doch ein guter Start. Auf jeden Fall schon mal. Hat mir gefallen. Und auch hier diese Killcam finde ich ziemlich cool. Und wir können mal kurz auf den Predator-Bogen wechseln. Ich bin noch nicht so gut mit dem. Ich weiß noch nicht, ob der so Multiplayer-tauglich ist. Ich glaube eher, wenn man sich so anstreicht und nicht eher so im Nahkampf. Das war vielleicht ein bisschen dumm. Ja, jetzt komm, Scheiß drauf. Du sollst dich nicht ans Leben klammern. Ist auch ein cooles Feature. Aber ich glaube, das bringt es mehr so, wenn man mit mehreren Leuten zusammenzockt. Also mit TeamSpeak oder Chat oder was weiß ich. Was willst du denn? Ja, ich wusste, dass da jemand campt. Trotzdem, AK-Levelaufstieg. Gut. Gut, gut, gut. Ja, jetzt komm, jetzt respawn. Ich finde auch... Das ist an sich ein ziemlich cooler... Das ist an sich ein ziemlich cooler... Ja. Ich finde, das ist an sich auch ein ziemlich cooler Multiplayer. Muss ich schon sagen, das gefällt mir. Ja, da hätte ich zum Beispiel mit dem Bogen anschleichen können. Oh, shit. Ja, ich muss eindeutig... Jawohl. Du wirst schon wieder. Ach, cool. Danke. Wir kontrollieren den Markt. Oh. Irgendwie... Naja. Gut. Dann... Weiter. Bisschen verzogen, aber... An sich war es ganz gut. Schnell nach oben. Und dann schleicht wir uns hier mal ein bisschen lang. Sneaken. Jawohl. Level 7 Aufstieg. In die Nüsse. So. Ja, wir holen uns das Lager aus. Auf jeden Fall. So, da sind doch zwei Stück. Einmal der hier. Und einmal da hinten noch. Einmal. Ich nehme mal kurz... Den hier. Jawohl. Ja, der ist ganz gut. Giftcar ist bereit. Ja, ich weiß nicht genau, wie man das einsetzt. Ja, der Bogen gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt, wo ich einigermaßen verstehe, wie er geht. Sie sind an der Windböde. Sponition alle. Hier drüben. Ich sterbe. Naja, ich gehe mal hier weg. Ja, eigentlich wollte ich den Typ gerade wieder überleben, der noch von mir da war. Aber dann ist jetzt eigentlich zu spät. Sowieso. Jawohl. Das ist aber... Schön. Es freut mich, dass ich so gut im Multiplayer bin. Also, wenn man das jetzt mal mit Blacklight vergleicht, wie ich da abgelost hab. So, in der ersten Folge. Eine Konfrontation. Muss laden. Lade neu. Naja, ich fände es ein bisschen komisch, dass die Lade neu statt Lade nachgenommen haben. Ist halt mal was anderes, aber... Muss dann auch nicht unbedingt. Ja, das war... Eine verpasste Chance. Trotzdem schönen Kill-Assist. Und nochmal einen Kill mitgenommen. Gut, jetzt habe ich keine Muni mehr. Das ist... Äh... Schön. Wir übernehmen das Lagerhaus. Ja, komm, dann nehmen wir mal die hier. Muni bald leer. Ja, die Muni ist auch bald leer. Vielleicht sollte ich mal sterben. Ja, das Verlust erobern. Wir sind fast leer. Wie kann man denn mit so einer Klaffe zocken? Oh, shit. Ja, ich belebe dich wieder. Schade, 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 schade. Aber vielleicht rettet der mich ja. Ja, danke. Und wieder gestorben. Ja, irgendwie bringt das mit dem Wiederbeleben meiner Meinung nach noch nicht so viel. Aber mein Team geht eindeutig in Führung. Ja, dank mir, weil ich cool bin. Wie ist... Ja, ich bin sogar Top-Player. Schön. Und jetzt habe ich wieder Muni. Oi. Mal kurz gucken, wie sieht es denn hier aus. Alles in Sicherheit. Dann... gehen wir mal... runter. So. Dann hier lang. Was willst du denn? Das ist ein Maul, Junge. Ja. Shit. Ach, schade, schade, schade. Okay, die MP5 habe ich freigeschaltet. Ja. Gut. Ja, ich kam... Äh, ich habe gestern schon mal ein bisschen gezockt. Gestern habe ich sie auch bekommen. Also, heute ist der 30. Für alle, die es wissen wollen. Und, ähm... Da war ich nicht so gut. Und ich kam mit der AK auch gar nicht so zurecht, wie ich jetzt mit ihr zurechtkomme. Achso, ja gut, das haben wir schon erobert. Und, äh, jetzt bin ich überrascht, wie gut dieser AK eigentlich ist. Eine alte, klassische Waffe. Die sich immer noch gut bewährt, irgendwie. Ja, gut. Und der Predator-Bogen, der ist schon ganz praktisch, aber der hat halt ziemlich wenig Muni. Ja, wir haben das Lagerhaus übernommen. Ja, haben sie. Dann gehen wir mal schnell hin. Ich lade neu. Ach, cool. Also, die haben lade neu und lade nach eingebaut. Finde ich schön. Lalalala. Lalalala. Ach, das nervt immer, wenn ich da bin, haben wir schon erobert. Mein Team ist einfach zu gut. Ja. Ja, schade. Hinter mir. Bin ich trotzdem noch Top-Player. Nein. Ja, ich muss noch mal ein bisschen Kills machen. Mal eben. Gut, da ist irgendwo einer. Scheiße, ey. Ja, Mann. Zuschauer. Player. Na, Kumpel. Wo bist du? Ich hab's auch gedacht, du wärst da unten sicher. Level Anstieg. Level 11. Molotov. Schöner Molly. Oh, ich schöne Molly. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt wieder... Na, noch nicht. Gut. Aber wir sind schon ganz schön gestiegen. Ist mir gerade aufgefallen. Sie wollen die Windmühle. Die Windmühle wollen sie. Da war ich doch eben. Eigenes Schiffgas ausgelöst. Ja, ja, ja. Windmühle verloren. Ach so, wir haben die verloren. Schön. Fuck. Ja. Gut. Da oben sind welche. Hat mir meine Karte gerade verraten. Wir holen uns die Windmühle. Ach, der ist hier runtergerutscht. Okay. Aber hier unten ist auch noch einer. Ah, shit. Ja, Kill, Assist. Ja, immerhin. Trotzdem bin ich der Beste, ey. Der andere Spacken hat... Das ist alles nur Glück. Korruption. Korruption. Die sollen mal irgendwie sich zusammen nehmen. Dass man einfach richtig schön reinhalten kann. So wie sie es jetzt machen. Schön zusammen angreifen, dass man nicht die ganze Zeit läuft. Und einfach keinen Kill macht. Ja, wir sind auch die Besten, ey. Vielleicht nehme ich noch eine Folge auf. Aber vielleicht dann irgendwie nicht Eroberung, sondern Deathmatch oder so. Lasst euch überraschen. Ja. Wie sieht's denn aus? Drei Kills mehr. Was für ein Spack. Was für ein Spack. Woll. Serienkill. 300 XP. Dann wechseln wir die Waffe. Jetzt hast du keine Money mehr. Die versuchen es am Lagerhaus. Jetzt nicht mehr. Oh, doch. Die dringen ins Lagerhaus ein. Ja, ja, ja. Okay, mein Team hat gewonnen. Geil. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin auch unter den Top-Playern. Steh auf. Heulsüße. Er wird vermutlich lieber tot jetzt. Wie schlecht die irgendwie sind, die Gegner. Der hat nur 2875 EP gekriegt. Jawohl, Level 10. Level 11. Na, aber es hat sich gelohnt. Molotov-Cocktails. Langsamer Klatscher. Ein Decoder. Und. Ja, gut. Dann ging es zur Low-Phase. Und dann war es wieder. Ja. Ja. Dann gehen wir mal zurück. Jo. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Far Cry 3 Multiplayer. Und haut rein, Leute. Und ciao.